Ich bin Nicola von der Winkel und ich bin 14 Jahre alt. Also ich bin in Turpelea, ich bin 14 Jahre alt und ich bin am Zirkus, da bin ich auch seitdem. Ich bin seit seitdem heute, also seit dem ganzen Ufern. Heute, weil ich den Zirkus immer machen wollte und ich wirklich auch Sport gerne habe und heute möchte ich viel Sport. Ich hoffe heute auch für Hannover im Zirkus anzuprobieren. Ich hoffe heute, dass ich einen Artikel zum Matzen mache und dafür schaffe ich auch verschiedene Aktivitäten, die ich am Zirkus machen kann. Wir präparieren ein Spektakel hier in der Schule und dann auch nach dem Zirkusfestival im Kirchspirsch. Wir haben dann auch noch ein paar Videos zu machen für den Morning Break. Wir haben auch Artisten vom Ausland, die ich noch gewohnt habe, für einen Geburtstag zu machen. Ich meine, also gerne Akrobatie und auch noch ein Diabolo. Ich meine, ich meine, ein bisschen von allem und schon lehre noch ganz gerne. Also meine Aktivität hier am Zirkus als Tissue und Boden und Luftakrobatik, also Tissue als Luftakrobatik. Ich möchte Sachen machen mit den Leuten, die ich gerne heute am Tisch, mit den Kollegen, Sport machen oder auch. Ich lehre noch ganz gerne heute. Dass ich heute frei schaffen kann, dass ich heute nicht begrenzen kann, etwas zu machen. Und dann kann ich immer noch etwas lehren und auch mal gesehen werden. Also, wenn ich dann ein Zirkusfestival im Dorf machen muss.